Dieses Video stellt die neuen Möglichkeiten der grafischen Mustererstellung des Fassadenwerkzeugs vor. Archicad 22 bietet grafische Mustererstellung direkt im Bearbeitungsmodus. Wählen wir eine platzierte Fassade aus und öffnen den Einstellungsdialog. Auf der Seite Schema wählen wir den Favoriten leer und klicken auf OK. Sie können auch ein leeres Schema ohne Profile und Paneele definieren und dieses als Referenz verwenden. Dies wird empfohlen, wenn die meisten oder alle Profile auf ein Raster fallen oder wenn sie an Rasterkreuzungen beginnen oder enden. Der beste Ort, um Muster grafisch zu erstellen, ist das 3D-Fenster, ein Schnitt oder eine Ansicht. Öffnen Sie die Ansicht, wählen Sie die Fassade und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um den Bearbeitungsmodus zu öffnen. Wenn Sie ein Raster definiert haben, klicken Sie auf das Augensymbol Schema, um das Raster als Referenz beim Erstellen von Profilen anzuzeigen. Es gibt zwei mögliche Arbeitsabläufe für die grafische Mustererstellung. Im ersten Arbeitsablauf können wir das Muster zunächst mit Hilfe von Profilen und Panelen grafisch erstellen, dann die Mustergröße und den Ursprung grafisch konfigurieren und schließlich bei Bedarf anpassen. Sie können Liniensegmente als Referenz für die Mustererstellung kopieren und einfügen oder eine andere Sicht wie zum Beispiel ein Arbeitsblatt als Transparentpause anzeigen. Beginnen wir mit dem Erstellen von Profilen, die das Muster bilden werden. In einer Fassade müssen alle Profile an beiden Enden mit einem anderen Profil verbunden werden. So werden bei der Mustererstellung temporäre Profile erzeugt, die als rosa Linien dargestellt werden. Diese werden automatisch entfernt, sobald die Mustererstellung abgeschlossen ist. Sie müssen eventuell einen Bereich erstellen, der größer als das eigentliche Fassadenmuster ist. Wenn sich drei oder mehr Profile in gleicher Priorität schneiden, erstellt Archicad automatisch dafür die richtige Verschneidung. Erstellen Sie außerdem Paneele zwischen den Profilen. Wählen Sie die zu verwendete Panielklasse aus und klicken Sie in die von Profilen umschlossenen Bereiche, um die Paneele zu platzieren. Vergewissern Sie sich, dass das Panel zumindest teilweise innerhalb des vorgesehenen Musterkästchens befindet. Sobald das Muster fertig ist, klicken Sie auf das neue Augensymbol Muster im Bearbeitungswerkzeugkasten. Standardmäßig kann das Musterkästchen sogar so groß sein, wie das Fassadensegment selbst. Indem Sie die Größe und Position dieses Musterkästchens ändern, können Sie die genaue Größe und den Ursprung des Fassadenmusters festlegen. Sie können hierzu auf einen der Knoten oder Kanten des Musterkästchens klicken und die Befehle der PET-Palette verwenden. Sie können im Musterkästchen eine Kante versetzen oder alle Kanten versetzen, das Musterkästchen verschieben oder es horizontal oder vertikal spiegeln. Wenn Sie die Größe des Musterkästchens ändern, zeigt Archicard die resultierende Musterwiederholung als Geisterlinien an, sodass Sie eine gute Vorstellung davon haben, wie das fertige Muster aussehen wird. Beim Betrachten des Musterkästchens werden Sie feststellen, dass sein unterer und rechter Rand als durchgezogene Linie dargestellt wird, während die oberen und linken Ränder gestrichelte Linien sind. Das bedeutet, dass beim Erstellen des Musters und seiner Wiederholung Profile, die auf durchgezogene Linien fallen, berücksichtigt werden, während Profile, die auf gestrichelte Linien fallen, ignoriert werden. Sobald das Musterkästchen auf die gewünschte Größe und Position eingestellt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden unten rechts. Das Muster ist nun fertiggestellt und wird über die gesamte Geometrie der Fassade verteilt. Sie können den Einstellungsdialog aktivieren, um die erstellte Musterdefinition im Musterfenster zu überprüfen. Als letzten Schritt können Sie nun die Fassade nach Belieben anpassen, indem Sie Profile und Paneele hinzufügen oder entfernen, sie ändern oder in eine andere Profil- und Paneelklasse umwandeln. Der zweite Arbeitsablauf liegt vor, wenn die gesamte Fassade eine einzige benutzerdefinierte Geometrie ohne definierbare Wiederholungsmuster ist. Auch hier können Sie mit einer leeren Fassade oder mit einem Raster beginnen. In diesem Fall können Sie einfach alle Profile und Paneele, aus denen sich die Fassade zusammengesetzt hat, modellieren. Sie können Profile nach Bedarf verschieben, drehen oder spiegeln, um das Erstellen der individuellen Fassadenmustergeometrie zu beschleunigen. Archicad erstellt wieder automatisch die richtigen Schnittpunkte für drei oder mehr sich kreuzende Profile mit gleicher Priorität. Es gibt keine Begrenzung hinsichtlich der Größe des Musters oder der Anzahl der verwendeten Profile und Paneele. Profile sind nicht auf eine bestimmte Anzahl von eingestellten und auf vordefinierten Richtungen beschränkt. Sie können Ihrer Fantasie freien Lauf lassen und jedes individuelle Muster für die Fassade erstellen. Mit diesen neuen Methoden der grafischen Mustererstellung bietet Archicad Architekten die Möglichkeit, Fassaden zu erstellen, die bisher nicht möglich waren. Sehen Sie sich bitte auch die anderen Clips in dieser Playlist an, um sich vollständig mit den weiteren Verbesserungen des überarbeiteten Fassadenwerkzeugs vertraut zu machen. Fassadenwerkzeugs 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 Fassadenwerkzeugs